Hallo und Herzlich Willkommen bei einer besonderen neuen Folge Create Your Song Das wer eingeschaltet hat, doch mal im Gang, komm mal. So, wir sind richtig gut bei Gange, ungelogen, also schneller können wir ja schon was gar nicht mehr bauen hier. Hier klar, hier fehlt noch das Grünzeug. Ich habe aber gerade mal noch nebenbei angefangen hier unten, das da zu machen, damit das hier auch, ah jetzt habe ich die Steinslabs vergessen, egal. So, machen wir das hier zu. Das ist jetzt einfach nur so, das geht nirgendswohin, das führt hier runter, hier hoch und da kommen noch die Slabs rein, dann steht das hier, da haben wir das schon mal. Aber wir sind ja da oben dran, deswegen intro und dann geht es los. Ein bisschen fehlt hier nämlich noch. Nicht mehr viel, aber ein bisschen und dafür habe ich extra neue Steinchen am Start, um hier diese Reihe wenigstens zu vervollständigen. Ah, die haben wir eh auch vergessen, aber okay, also ich zumindest. Aber wir sind jetzt hier mal diesen Kringel soweit rundum fertig kriegen. Ist ja auch schon mal was. Zop, 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 steht, steht, steht. Hier steht auch. Dann habe ich mir natürlich Säulen mitgebracht. Wir sind ja nicht dumm. Ah, haben wir schon. Fertig. Gut, noch nicht ganz, aber das hier noch. Das geht bis hoch. Und hier noch, geht auch bis hoch. Passt. Gucken wir jetzt mal ein, wo wir können. So, dann ist das okay. Hier natürlich, jetzt geht es weiter mit den Säulen. Gutes, wir kommen ja hier so echt gut ran. Wenn das hier soweit schon mal haben, bin ich auch glücklich. Was wird denn hier noch? So, einer. Dann kommt der noch dazu. Dann ist die Treppe zumindest soweit schon mal clear. So, dann ist das hier dran, natürlich. Hätte er klappen können. Ja, viele Sachen habe ich jetzt noch gar nicht dabei. Aber zum Beispiel, die habe ich schon mal mitgenommen, vorsichtshalber. Hätte er klappen können. So, das ist der Stich. Dann haben wir nämlich diese Lücke hier auch schon mal zu. Das war ja fast das letzte, was wir hier gemacht hatten. Auf dem Herweg zumindest. Guck mal, erstmal hier die Säulen noch. Passt. Hier ist keine Säule, hier kommt keine Säule. Säule, 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 Säule fertig, Säule fertig. Steht. Sehr gut. Dann heißt jetzt hier nochmal das Weiße. Oh, die Säulen sind auch alle. Den einen da nicht setzt, verstehe ich nicht. Der macht den Braten ja jetzt auch nicht fett. So, dann haben wir das auch. Was will die Stimme her? Wie gesagt, da fehlt mir die ganze Seite. Machen wir mal das hier vielleicht. Nein. Ja, und dann die Zwischenebenen. Wir gehen halt dahin, wo wir können. Es wird ja immer schmaler und schmaler. Das ist ja der Vorteil hier bei der Geschichte. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit dem Dach ran. Was kommt denn da rein? Ah. Nein, noch sind wir nicht hier. Brauchen wir auf alle Fälle nochmal mehr Säulen, sehe ich gerade. So. So, okay. Nein. Ich hasse das Gebacke. So, da steht, da steht, da hin. Das haben wir, da fehlt noch mal. Boah. Übertrieben. Leggy, ey. So, jetzt könnt ihr mich mal. Das ist ausgeleckt. Die haben wir auch gut vorbereitet. Mal hier und das ganze Holz, was wir uns gesammelt haben, geht zur Neige. Oh, einer. So. 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 Ich bin schon mal stolz auf mich. Sieht doch alles ganz schick aus. Okay, jetzt wieder die hier. Nach der Rand quasi. Weißt du, ich könnte mir das so viel einfacher gestalten, aber nein, ich will ja hier schönen Innenausbau. Warum auch nicht. So, haben wir das. Komm hier, die letzten Dächer. So, die Ecke, damit haben wir das hier durch. Perfekto, mate, geile Sache. Sind wir natürlich noch hier und bin ich ganz fertig. Ja, wir gucken, das was wir machen können, machen wir schon mal. Ist ja auch immer so ein Ding. Nein. Scheibenkleister. Was kommt denn hier hin? Rot. Musst du auch mal erst überlegen. Und alle. Säule reicht glaube ich noch, ne? Jawohl, ja, korrekt. Das wird halt echt ein bisschen kniffliger. Hier auch mit dem Weiß so drin. Schniffliger Endspurt, würde ich mal nachsagen. Na, der muss wohl rein. Sonst sieht man es. Das wollen wir eigentlich. Das wird alles clean. So, hier habe ich soweit alles, ne? Guck mal, hier kommen noch ein paar Schrägen hin. Bis oben ran. Die sind ja unwichtig. Hauptsache hier, der ist weg. Und dann ist es okay. Okay. So, wie weiter im Text? Ups, da war ja noch einiges übrig. So, da kommt schwarz hin, das ist richtig. Gut. Wäre schlecht, wenn nicht. Wäre echt schlecht. So. Da. Nein, hier fehlt noch ein bisschen Säule. Die haben wir nicht mehr. Okay, brauchen wir noch mal zwei Säulen. Bist du hier, Asphalt, 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 das hier steht soweit alles. Ja, das sieht gut aus, also nur noch Asphalt und Weißen, Linul, Linul, Stone. Und natürlich dann hier die Beleuchtung, die entsprechende. Hast hier jetzt einen übersehen gerade? Habe ich den gerade richtig gesehen? Guck mal eine an. So was darf er immer gar nicht. Die fehlen ja auch noch. Aber ich probiere mal erstmal hier unten ein bisschen vielleicht noch was zu machen. Und ob wir den treffen. Ich war oben, nein. Scheibenkleister. Ja, das ist ja schon was. Läuft. Okay. Na, haben wir das schon mal. Gut. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns auf alle Fälle. Jetzt wird es halt wie gesagt ein bisschen trickiger. Wo ist denn hier? Ich bin auf der falschen Seite. Hier mit dem ganzen Glas und so am Boden. Das kommt ja auch noch dazu. Und auch wieder weißer Linul, Stone. Wo bin ich denn hier? Da bin ich. Scheibendreck. Den habe ich jetzt natürlich nicht am Start. Das einzige was wir jetzt nur machen können ist Asphalt. Auf die Schnelle. Ne, da ist noch nichts mehr drin, ne? Das haben wir, das haben wir. Mehr brauche ich auch nicht, ne? Ich nehme die mal mit so sicherheitshalber. Hier nochmal so eine Ecke. Mehr wird es nicht sein. Beleuchtung. Die kann man nochmal mitnehmen. Ich weiß nicht mehr welchen ich davon brauche. Manche gehen schnell, manche gehen langsam. Wollen wir mal gucken, was der blaue Lichtstrahl sagt zu uns. Wahrscheinlich nichts gutes. Ah, jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Egal. Die Dinger hier. Ah, einige sind schon durch. Bisschen Säule, aber die haben wir schnell. Dach ist auf alle Fälle durch. Die hier sind so. Baaaah. Was habe ich jetzt? Die Säulen habe ich jetzt auch nicht mitgenommen. Das habe ich nicht mitgenommen. Na gut, hier können wir nur die Lampen gerade dran machen. Das haben wir auch nicht mitgenommen. Da sind wir doof. Soviel zum Thema, das was die Folge schaffen. Wie gesagt, die Dinger habe ich eigentlich relativ zum Ende erst machen. Genau zum Ende. Ja, schwarz hätte ich jetzt so ran machen können. Wir machen jetzt erstmal den hier noch schnell. Auch nicht mehr die Welt. So, gucken wir weiter kommen. Jetzt wollte ich jetzt noch Honig. Umso mehr, umso besser. So. Sieht doch schon mal viel, viel schicker so aus. Erstmal hier. Ah, guck mal hier, da habe ich das auch noch nicht gesetzt. Gut, die haben wir auch nicht dabei. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Routen vielleicht nicht sogar sind. Ich will gleich mal gucken. Ne, das sieht nach Asphalt aus. Soviel dazu. Hat sich erledigt. Ja, das war doof. Nicht so doof. Dann haben wir nämlich ein bisschen Licht hier. Ich komme jetzt wieder runter. So, nein. So, nein. So, aber die Ecke haben wir ja dabei. Da ist nicht mehr. Da geht nicht mehr. Zur nächsten Folge habe ich eh wieder vergessen, was ich brauche. So. Ich will gar nicht wissen, wie viele Steine in diesem Bauwerk stecken, schon wieder. Weil jetzt ist der auch zu Ende. Und Folge auch. Gut, können wir nicht ändern. Dann machen wir das hier noch fertig, dann machen wir das auch. So. Mehr geht nicht. Finde ich gut. Reicht aber auch für heute, oder? Ich muss jetzt hier nochmal die hier so ranpaktieren. Auf dem Rückweg dahin. Mal einen vergessen. Da sind wir ja die liebsten. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend hier und für die nächste Folge machen wir dann wirklich den Rest. Ich versuche mal noch ein paar Materialien dran zu kriegen. Ich finde es cool, mir gefällt es hier auch mit der Treppe hier in der Mitte so. Es ist wirklich beidseitig. Alles dran, wie es hingehört. Und sieht auch von unten relativ nice aus, oder? Grasse Action. Gut. Danke zusehen. Bis dahin und tschüss.